Schönen guten Tag allerseits. Ich möchte Ihnen auch in dieser Ausgabe erzählen, einmal einen kurzen Rückblick halten auf das, was gewesen ist, kurz sagen, was im Moment anliegt, woran wir gerade arbeiten und einen Ausblick auf den Dezember 2019 geben. Fangen wir an mit dem, was gewesen ist. Wir haben weitere Folgen unserer ersten Serien gemacht. Wir haben eine neue Folge der Serie Lichtblicke gemacht, in der der Christian Müller-Hergel etwas zu Studien zum Thema Bewegung gesagt hat und es gab eine neue Folge aus unserer Serie Post aus dem DNQP, also aus dem Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege. Mir sehr gefallen hat natürlich, dass wir im November zwei neue Serien gestartet haben. Die eine ist eine, auf die Sie sicherlich gewartet haben oder viele von Ihnen gewartet haben. Das ist der Forschungs-Newsletter, der zum ersten Mal erschienen ist. Und wir haben auch schon die ersten Rückmeldungen bekommen. Bitten Sie aber weiterhin auch um Rückmeldungen. Spiegeln Sie uns, wie das bei Ihnen ankommt, ob er für Sie verständlich ist. Wir haben uns auf jeden Fall gefreut, dass wir diese alten Tradition, die wir noch mitgebracht haben aus dem Dialogzentrum Demenz, dass wir in dieser Tradition festhalten konnten und Ihnen wieder solch ein Forschungs-Newsletter mit neuesten Forschungen im Feld der gerontopsychiatrischen Versorgung mitteilen konnten. Eine weitere Serie haben wir gestartet im vergangenen Monat. Das ist das kritische Glossar, also wo wir, in dem wir kleinere Konzepte oder Konzepte aus dem Bereich der gerontopsychiatrischen Versorgung diskutieren, sage ich einmal. Es geht nicht nur darum, sie vorzustellen, sondern sie kritisch zu diskutieren. Ich möchte Sie vor allen Dingen noch mal bitten zu diesen Beiträgen, die wir gepostet haben, nicht nur diese des letzten Monats, sondern auch die davor, dass Sie die kommentieren und diskutieren, denn darum geht es uns ja schließlich. Was steht im Moment gerade an? Also wir sind in der Jahresabschlussphase jetzt schon. Wir sind ja im April hier gestartet und wir fangen jetzt an mit den ersten Auswertungen. Wir schauen uns also an, wie viele Leute sind auf unserem Blog und wie sind die ersten Reaktionen auf unsere Tätigkeit und so weiter. Das schauen wir uns an. Wir bekommen erste Anfragen zu Forschungen, die wir machen sollen, wo wir noch nicht wissen, ob wir das machen werden. Wir bekommen Anfragen, aber auch von Institutionen, die Fragen zu Themen der gerontopsychiatrischen Versorgung haben, wo wir natürlich versuchen, möglichst gut darauf zu antworten. Nächster Punkt, die Planung fürs nächsten Jahr steht natürlich an. Also wir haben etliche neue Serien, noch vorentliche neue Formate, die uns im Kopf herumschwirren hier im Dialogzentrum, worauf wir uns auch sehr freuen, einige etwas aufwendigere. Also lassen Sie sich dort überraschen. Im Moment arbeite ich persönlich gerade an dem Beitrag, der demnächst erscheinen wird, zur Möglichkeit der Förderung des Dialogzentrums. Ich hatte es Ihnen ja schon einmal im anderen Beitrag mitgeteilt, dass das Dialogzentrum, das derzeit noch vom DNQP komplett gefördert wird, dass man sozusagen auch dem Dialogzentrum spenden kann, dass man das Dialogzentrum fördern kann, wie genau das geschehen kann, wenn man das möchte, damit wir weiterhin unabhängig hier unsere Arbeit tun können. Wir, da möchte ich jetzt schon mal darauf hinweisen, wir arbeiten natürlich schon an den Inhalten unserer ersten Dialogkonferenz. Auch das hatte ich Ihnen bereits auf dem Blog mitgeteilt, also ein Save the Date gemacht. Ich wiederhole Sie aber gern noch einmal. Am 26. Mai des nächsten Jahres macht das Dialogzentrum Leben im Alter hier an der Hochschule Osnabrück seine erste Dialogkonferenz. Das Thema dieser Konferenz, dieser Tagung wird das geräumte psychiatrische Team selbst sein. Also welchen Einfluss hat das Team auf die Versorgung? Welchen Einfluss haben Streitigkeiten im Team? Sind Teams in der geräumte psychiatrischen Versorgung, müssen die unterschiedlich aufgebaut sein, je nach Setting und so weiter und so weiter. Wir diskutieren hier jetzt gerade die Inhalte und fragen auch schon die ersten Referenten an. So, was passiert im Monat Dezember? Im Dezember wird es natürlich einen neuen Brief, eine neue Post aus dem DNQP geben. Da geht es darum, wie denn die Expertenstandards eigentlich gemacht werden, wie sie entstehen und wer sie macht. Dann wird es eine neue Folge unseres Haustheaters geben. Also Christian Müller-Herkel und ich diskutieren ja in der Serie Haustheater bestimmte Thesen, bestimmte Probleme, bestimmte Gegebenheiten in der geräumte psychiatrischen Versorgung. Und in dieser Folge haben wir darüber miteinander diskutiert, wie eigenständig und selbstbestimmt handeln Pflegende eigentlich. Manchen sind Pflegende vielleicht sogar viel zu eigenständig. Andererseits müssen wir uns über die Rolle der Pflege unterhalten, so zumindest denken wir. Und was kann Pflege, was kann Pflege nicht und was kann Pflege übernehmen? Und welche Rolle in der Versorgung von Menschen muss oder sollte die Pflege stehen? So, das war jetzt mal kurz in Kürze einmal das, was gewesen ist, woran wir gerade arbeiten und was sie im Dezember erwartet. Und ansonsten kommt ja dann im Dezember auch schon Weihnachten und der Jahresabschluss. Wir wünschen uns vielleicht zum Schluss noch einmal, diskutieren Sie und kommentieren Sie unsere Beiträge. Rufen Sie uns von mir aus auch an, schreiben Sie uns, faxen Sie uns, mailen Sie uns, rufen Sie uns an, schicken Sie uns eigene Videos. Ich erinnere noch einmal, das werden wir auch im nächsten Monat nochmal explizit tun, an den Gastslot. Wir haben ja einen Platz reserviert für Leute, die selber etwas publizieren wollen auf dem Blog des Dialogzentrums. Schauen Sie sich das nochmal an. Ich verweise darauf aber auch nochmal unter diesem Video. Denken Sie an unsere Dialogkonferenz am 26. Mai. Möglichst schnell werden wir Ihnen näheres zu Programmen, aber auch Preisen und so weiter sagen. Und tragen Sie sich in den Newsletter ein, damit Sie automatisch den Forschungs-Newsletter bekommen. Und was jetzt neuerdings auch geht auf dem Blog des Dialogzentrums, können Sie sich eintragen in eine Liste oder in einen Newsletter, der heißt Neues aus dem DZLA. Jedes Mal, wenn ein Post auf dem Blog veröffentlicht wird, würden Sie eine Nachricht von uns bekommen. So können Sie oder so werden Sie dann in Zukunft im Flitz verpassen. So, ich habe bestimmt die Hälfte vergessen, aber es reicht jetzt auch. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit schon mal im Dezember. Wir melden uns hier aber auch natürlich nochmal mit einem Jahresabschluss-Video an. Jetzt muss ich einmal selber nachschauen. Ich habe es auf den schlauen Kalender geschrieben. Wir schicken Ihnen ein Video am 19. Dezember. Dann geht das Dialogzentrum in die Winterpause und wir sind dann in der zweiten Januarwoche wieder für Sie da. Also, es passiert noch viel im Dezember. Bleiben Sie uns gewogen. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald. Auf ein Wort.